Hallöchen, heute spielen wir Level 3, der Welt Train. Ich zeige euch einfach mal, wie wir dieses Level mit einem Zug meistern. Wir nehmen einfach die gelbe Kiste hier und ziehen sie eins nach oben. Und schon haben wir das Level geschafft. Im nächsten Video zeige ich euch Level 4. Schaltet wieder ein, wenn ihr Interesse habt. Bis dann, macht's gut!